Musik Auto auf der Hauptstraße in Dacia Luma Pferde in euer Richtung Da kommt schon, das KL muss ich schon mitnehmen Und weiterfahren Ja das ist schon gut Ah ja, hatte ich anders machen Ihr seht mich auf der Minimap schon, hier links von euch Ich stelle hier nochmal Schnellschuss um B B Ah Nicht mich hierüberfahren Nicht mich hierüberfahren Nicht mich hierüberfahren Hey Ich bin Rennfahrer Aber die Zone ist ganz woanders, Military Base Die Team sind auch nicht hingefahren, ne? Sollen vielleicht nicht direkt zur Military Base? Vor allem da hin Na das, da, ach guck mal Ja lass mal hier die Gegend, genau Oh schade, sollte ich hierüberfahren Also dann jetzt gleich links über die Brücke Gat, Gat, Gat Wecker Ähm Okay Jaa, lag schon Der hält sich wenigstens an die STVO, ne? Machen wir wieder die, äh, Schreien Zweierteams, oder? Nein, nein Schreien Ja, halt, dass wir nur versetzt gehen, wegen Deckung und so weiter, das ist besser Scheiß auf Deckung, Scheiß auf Teams, uahhhh Dessen Also, nicht gemeingemeint oder so, aber das sind Asiaten, ne? Okay Spielen die extrem scheiße? Die spielen viel viel besser als wir Die... Na... Yeah Ja Da hinten Da hinten Da hinten Da hinten Da hinten Warte, lass mal auf die schießen, die legen sich hin Das... Ich möchte das hier noch versehen Ich hab ihn getroffen Getroffen Guck Wie die Arbeit Renn die wieder zurück zu den Häusern, denn da ist ausgelockt Schön Wie die sich alle hinlegen, ey Ja, drei Kills einfach mal Hey, was ist denn? Segel, die legen sich alle hin Offen aufs Feld Leute, die Zone Ja Oh nein Was denn? Game ist abgestört Juhu Fuck Scheiße Wir haben noch so viel zum Looten, aber ich... Ja, wir müssen weiter Könnt mich ja als Köder verwenden Könnt mich vorlaufen lassen Gucken, woher die Schüsse kommen Du bist so ein Ding, wir kriegen dich nicht mehr Könnt trotzdem sehen, woher die Schüsse kommen Ja, wenigstens zu den Silos, würd ich sagen Aber haltet immer noch einen Blick nach hinten, ne? Ja Ja Ja, die sind im gewissen Tower drin 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 Oh Mann, drei... Äh, äh, in Richtung Nord-Ost ziemlich genau Drei Spieler auf dem Feld Tauert ist im gewissen Tower drin Ich hab n Blickkontakt verloren, jetzt irgendwo in Richtung Nord-Ost ... Von hinten Hab einen ausknockt Hab einen down Wenn eh ne Oh fuck die Zone Du hast es erfasst Direkt hier an diesem Tunnel Hangar links von euch Da war einer Ne links 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 Der war rechts bei dir Links auch? Direkt 30 Von mir aus Da wo du jetzt drauf zulässt Auf den Trott Wollte mich überfahren Was war das denn? Sag ich doch Was war das denn? Guck hier habe ich einen erschossen Das witzig ist Die legen sich halt einfach aufm Boden Was war das denn? Ich bin noch vorhanden vom Hey Oh Gott Oh Gott Wir werden von In hier vorne Wo? 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 Wo war der andere? Der war nur ausgenockt ne? Lauf weiter Lauf weiter Lauf weiter Lauf weiter Ich bin down Ich weiß nicht von wo Versuch mich in der Raubgranate um zu heilen Ich renne hin Gib mir Deckung Komm in meine Richtung Bitte Ich hole ihn Gib mir Deckung Nein Ich mach schon Ich mach schon Ich mach schon Ich mach schon Ja mach doch Warum hört ihr auf? Mach ich doch nicht Er hat doch weiter gemacht Weil das die Anzeige weg ist Nein ich werd sterben Fuck ich bin wieder down Scheiße sorry Man Sehen Von wo hat der Typ denn geschossen? Von links von den Anti-Air Dingern da Von diesen fetten Raketen die hier rausgucken Das ist echt unfair Das ist echt scheiße Du ist endlich Du ist endlich Die Fresse Du ist endlich gestorben Boah Alter Meine AP Das war knapp ne? Mann Jetzt war ich so gut ausgerüstet Reicht mich Und hier kommt einer uns close zu uns Ja ich hör's Sehen Richtung W Vorsichtigen sind Vier Schreif mich Alter sind das viele man Ja Ja Michi du musst hin Du musst hin Hallo Ich bin down Ja ich muss mir irgendwie heilen Ich schaff das nicht Drei Stück alter Einen hab ich gedownt Einer war so gut wie tot Ich hätte das zusammen machen müssen Ich hätte das zusammen machen müssen Michi Dann hätte ich noch keinen Schnitt Jetzt rechts Alter ich dachte ich hab nur zwei gesehen Ey Ich bin dann weg und er hat Er bringt mir nichts Alle vier Doch es waren Es waren nur noch drei Außenokkern direkt zum nächsten ich bin nicht mehr so was die künftige für die künftige dass die asiatische ich kann ich bin sehr viel mag mich an dem auto nicht mal schlagen doch das geht was willst du denn im auto davon ja aber mit einer platz von er auch mit fäusten kannst du nicht schlagen bitte dass wir jetzt ziemlich ungewöhnlich es geht abwärts was btf er geht nach hier gegner hier gegner hier gegner hier gegner hier ja ob so ich die kommt zu mir ich hab kein scope man komm schon bitte hier muss auch einfach ein verficktes scope drin sein mann um die hast du red dort über ja egal die kommen aber klaus ich kann die kann ich zu dir ein bisschen bei mir drin diesen andere straßenseite ich lege hier bei mir hin jetzt warten bis sie rüber kommen legt sie bei mir auf dem boden hast du 762 ja für mich nein nein hab ich nicht deckung deckung im fenster geh in deckung geh in deckung hä ich war hinter der wand nehm dich auf ja 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 also trifft er mich denn hallo hat das 30 drop wegscheiß ähm, Bombenzone oder so Wollen sie jetzt ins Haus gehen? Einer ausgenockt? Ja Zweiter ist oben, Zweiter ist oben Headshot, ausgenockt, ausgenockt, habe ich ausgenockt Wollen wir pushen? Ja, ja Rüber Bombenzone Ja, deswegen pushen Der wird jetzt nicht pushen, sorry Ausgenockt Noch einer im Haus Hey, wir von Ja, war alle tot, alle tot, alle tot Nice Schön im Haus bleiben Wett, Alter, geil Ja, dann trotzdem nach rechts gucken Weißt du das, der fette See? Äh, vor uns, vor uns, vor uns, vor uns runter Ähm, zwei Spieler, zwei Spieler Wollen wir? Ja, ja Ein Hit, zwei Hit Hits Er ist ausgenockt Einer down Einer noch hinterm Baum Richtung 120 Der eine ist erst ausgenockt, den hole ich mir Keine peaked Ja, ja Was nen Hit Oha Schön Schön Ist down? Ja Ja Okay, ich brauch dringend was zum heilen Vierfachsucker Geil Gib das, äh, die ihm das Gib ihm das Gib ihm das Ich seh' den nicht Ich seh' den nicht Scheiße, Zone komm, heil ich, heil ich, heil ich Auch nicht Hinterm Baum, hinterm Baum Hinterm Baum Hinterm Baum immer noch Hinterm Baum immer noch Ich hab dir viel was mitgenommen Ich brauch den da Jo, ich geh' down Ich geh' jetzt direkt down, wenn ich mich nicht heile Kannst du dich nicht heilen Ähm, schaff' ich das noch? Bitte, bitte, bitte Habt ihr den hinterm Baum? Ja, ist tot Okay, ich bin hier heilt Okay Hier ist noch ein Vierfachsucker, wenn ihr braucht, ne? Äh, nimm mit, nimm mit Wir müssen da jetzt schon laufen Den Airdrop, den können wir, glaub ich, ignorieren Müssten wir sogar ignorieren Zonen, wir brauchen eigentlich was zum Fahren Die Zone kommt jetzt schon mehr Ich komm nicht über den Scheiß-Drecks-Stown Ich hab' den so oft getroffen, warum stirbt der nicht? Warum sind die denn noch hier? Ganz ernsthaft Ihr müsst mich ignorieren, ihr müsst weiter Bin down Vorum ich hab' den anderen so oft getroffen, der stirbt der für nicht Ich hab' einen, drei Schuss nur noch, ey, man Ich hab' noch 42 Geil, ich hatte' so viel Schuss Ja, wir gehen durch die Zone doch nicht Ich hab' keine Chance Ich hab' keine Chance Oh, ausgenockt Nicht finishen, ihr könnt' euch woanders drauf konzentrieren Fick dich Ja, heilen, heilen Ich hab' keine First Aids mehr Ja, geht down Ich hab' nur noch Legs Ich hab' nur noch Legs Ja Ich bin ausgenockt worden Alter What the fuck, was war das denn für eine Scheiße? Ich hing Ich hatte nur noch Legs, ich hatte nur noch drei FPS Also, das hatte ich jetzt nicht, aber Ich hatte auch jetzt grad voll Legs, ich bin irgendwie gegen den Zaun gelaufen Äh, gegen die Mauer gelaufen Ich glaub' das ist die gute der Assaison Ich glaub' das ist die gute der Assaison Ich glaub' das ist die gute der Assaison Ich hab' da klein Ich hab' da klein